Ein letztes Element, das auch zur Sprache kommt, ist das Aging. Man wird älter, man zieht sich irgendwo zurück. Sie sind beide noch sehr aktiv, jeder muss im Gebiet. Das Thema Alten und die Energie, die sie da haben. Die beiden noch kein Altersgebrechen oder denken, irgendwo ist der Rückzug da. Wie geht es mit dem um? Ihr könnt ja nicht hineingucken, was da vielleicht, wenn man ganz hoffentlich hat, so funktioniert. Ich gehe mit dem, dass sie das Alter akzeptieren. Wir versuchen, das Beste zu machen. Dass wir langsam zurückziehen. Mit einem Fotodach, wo wir vorher retouren, die Fotos an. Und dann schalten wir.